Noch nie hat ein Spieler diesen Titel im Trikot, der Füchse will ihn bekommen. In dieser Woche wurden die Ergebnisse bekannt gegeben. Und er ist Weltallweiler 2023! Matthias! 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 Und liebe Handballfremds, damit nicht genug. Wir haben noch mal gute Nachricht. Vor dem heutigen Spiel hatte er die Ehre, die Auszeichnung der englische Handballspieler des Jahres 2023 zu verleihen. Und der Titel geht an! Matthias! Matthias! Matthias!